Guten Tag, ich bin Herr Nelson und das ist mein Möbelgeschäft. Kommen Sie zu meinem Möbelgeschäft und geben Sie mir Geld aus deiner Tasche. Geben Sie mir Geld und ich gebe Ihnen solche Sachen. Ein Bild für die Wand. Dieses Bild ist ein bisschen hässlich, aber solche schöne Farben und kostet nur 1000 Mark. Ja, das Bild ist so schön. Und hier, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist cool und das kostet nur 200.000 Mark. Das ist ganz billig. Okay, ja, hier ist mein Tisch. Das ist für Essen. Wir essen an einem Tisch. Dieser Tisch ist so schön und neu und guck mal, es steht RSO0203. Nein, dieser Tisch ist prima und kostet nur 1000 Mark. Ja, das ist so schön. Und hier gibt es ein Stuhl. Dieser Stuhl ist ein bisschen kaputt, aber ganz neu und kostet nur 550 Mark. Das ist ganz billig. Alles ist zum Verkauf. Heute ist alles ganz billig. Es ist nicht teuer. Nein, es kostet nicht so viel. Du hast nicht so viel Geld. Ich habe nicht so viel Geld. Du gibst mir Geld und ich gebe dir solche schöne Möbel. Und wenn du hier kommst und mir Geld gibst, dann bekommst du eine freie Flasche von Schoko Shampoo. Ganz frei. Ganz frei. Gratis. Wenn du hier kommst und mir Geld gibst, dann bekommst du diese Flasche. Aber du kannst diesen Kassettenrekorder kaufen. Dieser Kassettenrekorder ist ganz schön, hat zwei Kassetten und kostet nur 2000 Mark. Dieser Platenspieler ist ein bisschen schmutzig, aber sehr, sehr schön und kostet 500.000 Mark. Das ist ganz billig. Ganz billig. Und hier, Sie können Disco-Musik den ganzen Tag hören mit diesem Acht-Track-Spieler. Oh, prima. Dieser Kassettenrekorder kostet nur 500 Mark. Das ist ganz billig. Alles ist ganz billig. Hier, bei Nelsons Möbelgeschäft. Was ist das? Herbert, was ist das? Eine Lampe. Das ist eine Lampe? Ich verstehe nicht. Eine Lampe. Das ist eine Lampe, okay. Und das kostet nur 2 Mark. Das ist ganz billig. Oh, hier. Das ist kein Kassettenrekorder. Das ist ein Fernseher. Und das ist ein bisschen alt, aber sehr, sehr gut. Und kostet nur 500 Mark. Das ist ganz billig. Ganz billig für diesen Fernseher. Du kannst Tele-Dewich anschauen. Das ist prima. Okay, wir haben Kerzen. 2 Kerzen für 15.000 Mark. Das ist ganz billig. Eine Kerze, zwei Kerzen zusammen. Zwei Kerzen für dich. Für 1.000... Nein, 2.000 Mark. Ja, 2.000 Mark. Das ist billig. Das ist nicht teuer. Alles. In Nelsons Möbelgeschäft ist billig. Und wenn du hier kommst und mir Geld gibst, bekommst du eine Flasche Schoko-Shampoo. Das ist ganz prima. Hier ist ein Fenster. Das ist neu. Das ist nicht gebraucht. Das ist nicht alt. Das ist neu und schön. Und das kostet nur 2.000 Mark. Ganz billig. Was kann man noch hier... Oh, eine Tür. Diese Tür ist so schön und groß und dünn. Und weiß auf dieser Seite und weiß auf dieser Seite. Und diese Türklopft ist so schön. Diese Tür ist prima für dein Schlafzimmer. Und das kostet nur 200.000 Mark. Ganz billig. Nur Waiting. Und Morgen und Übermorgen. Aber dann, letzte Woche, alles ist ganz teuer. Aber diese Woche, alles ist ganz billig. Und letztlich ist ein Bett. Was ist für ein Bett? Und das ist für Schlafen. Ich schlafe in diesem Bett. Das ist sehr bequem. Komfortabel. Und kostet nur 200.000.000 Mark. Das ist so, so billig. Alles hier im Nelsons Möbelgeschäft ist billig. Kommen Sie hier. Geben Sie mir Geld. Kaufen Sie einen Kassettenrekorder oder einen Pattenspieler. Kaufen Sie alles. Bekommen Sie eine freie Flasche von Schoko-Shampoo. Kommen Sie zum Nelsons Möbelgeschäft. Heute, nicht morgen, nicht übermorgen. Heute, kommen Sie hier. Tschüss.